Wildkamera aus dem Hause Coswin. Könnte sich diese Jagdkamera für dich lohnen oder nicht? Darum soll es in diesem Video gehen. Das Amazon-Angebot zu dieser Wildkamera werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Vorteil ist die sehr scharfe Auflösung, 46 Megapixel 4K Auflösung. Hier kannst du wirklich hervorragende Naturaufnahmen damit machen. Eine Wildkamera ist dafür gedacht Tiere zu fotografieren. Insbesondere für Jäger eine sehr spannende Angelegenheit. Natürlich theoretisch auch für Naturfreunde, aber insbesondere für Jägern. Weil der Vorteil von dieser Wildkamera ist, wenn du sie in der Wildnis anbringst, ist sie eigentlich kaum zu erkennen. Also von Tieren so gut wie unmöglich, dass ein Tier die erkennt. Sprich damit sind wirklich sehr naturnahe Aufnahmen von Tieren möglich. Das ist der große Vorteil. Und auch preislich finde ich, kann sich dieses Angebot aus dem Hause Coswin hier durchaus sehen lassen. Wenn wir uns hier die Auflösung von 46 Megapixel Fotos und Videos in ultrahoher 4K Auflösung zu dem Preis anschauen. Also ich kann mich da nicht beschweren, aber soll jeder selbst entscheiden, ob das jetzt für ihn die richtige Wildkamera ist oder nicht. Jagdkamera mit Nachtsicht. Für Jäger natürlich sowieso super praktisch. Und wasserdicht nach IP66. Ja, macht auch Sinn, dass das Ganze ein bisschen robuster ist, weil sie ja im Outdoor-Bereich verwendet wird. Ja, eine Wildkamera, die sich preislich nicht zu verstecken braucht. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein wie immer am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zur Coswin Jagdkamera. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Viel Spaß bei den Fotos. Alles Gute und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.